hallo und herzlich willkommen zurück zum weiteren folge von arkham knight seit letzter folge sind wir hier drinnen um zu schauen dass wir kate womans kate wieder befreien ok ich muss mich einfach nur ich muss mich dann einfach nur dücken weil ich bin letzte folge habe ich glaube ich schon ein teil des rätsels bin aber dann gestorben und habe ich gesagt lass mal lassen wir es einfach als habe ich mittlerweile verstanden wie es hier funktioniert falsches gerät wo wir uns einfach ob ich ganz schnell hinkriegt das soll ich wir müssen die blöcke wir müssen einige der würfel anhalten wenn ich die ladung abfeuere ja ist es auch du musst jetzt hier rein und jetzt haben wir das gleiche wieder zur folge schon anziehen wir kommen ja nee sagt nicht dass das rote sie ganz schön her ne was nicht das soll ein rätsel sein eddie also wirklich man gewöhnt sich dran das muss ich hier machen ich darf freimachen moment ne moment ich muss das da hinten auch frei lassen ich kann nur zwei freimachen lassen holy shit moment habe ich schon anziehen ich glaube ich habe schon wieder das war schon wieder das war schon wieder bro what the fuck machst du denn jetzt hier war es das jetzt ich sehe schon da hinten an der wand holy shit moment halt stopp ich muss da das das geht glaube ich easy ich habe auch den hier und den hier eins sitzt schon mal da muss ich das moment falsch drüber ziehen jetzt muss catty dort stehen bleiben dann muss ich da wegschießen ok jetzt muss ich das hier machen das ist jetzt das ist jetzt gerade easy jetzt habe ich es jetzt wo ich es verstanden habe ist es easy so so jetzt hat es auch auf wieder was ist es noch mal ich weiche nur gern den sägeblättern aus wusste ich nicht danke wo ist es jetzt wo ist der schüssel jetzt hä jetzt wo hast du den schüssel gesehen lösung teilweise ich weiche ja scheiß drauf holen wir uns das letzte ding katty du musst aufmachen wärst du so freundlich weißt du was das schlimmste daran war sie sah billig aus also mein hübscher worauf warten wir neun leben scheint aber immer noch nicht ganz vorbei zu sein teilweise aufgeregt kein objekt kein objekt diese richtung wurde eigentlich nur das zentrum von gotham evakuiert oder stehen die willen auch leer scarecrow hat die ganze stadt bedroht selina so eine tragödie dann rette mal die welt ich passe auf dass bros wayne seine türen verriegelt hat viel glück dabei muss ich hier rein kann ich nicht mal in dem gebäude okay what the hell jetzt sagt er gleich ich lasse euch doch nicht so einfach gehen wo ist denn jetzt cat woman die steht hier unten kann ich mich nicht mit dir reden also aus oder auch nicht ich kann keine blau ist meins blau so hier gut hier ist nur noch blau richtig du musst dran doch du noch ihr zwei ich muss hier runter 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 das ist würdelos du bist würdelos willst du das zu ende bringen diesen bosskampf kriegen wir also erst wenn wir alle rätseln haben gut dann haben wir auch ein grund die rätsel zu sammeln gehen wir frische luft freiheit und dunkelheit wie sollen wir das feiern ich kenne ein paar arme hilflose museen aber andererseits kenne ich auch ein paar hotels die nacht ist noch nicht vorbei es gibt noch einiges zu tun natürlich gibt es das du weißt echt wie man die stimmung versaut nimmst du dir auch mal eine nacht frei ziehst du dir auch mal den anzug aus nicht in einer nacht wie dieser selina das ist mein leben schön ich schaue mir mal ein zwei kunstgalerien an während die große böse fledermaus beschäftigt ist willst du dich nicht bedanken warum ist doch dein job auf die grad hoch ich schaue noch mal ob hier oben was ist jetzt habe ich verstanden der akkum neid ist nur in deinem kopf er ist die personifizierung deiner größten angst oder bin ich das ich schätze bis glaube ich eher du sie ist echt abgehauen naja dann ja da muss ich halt die rätsel noch lösen und dann kann ich den erst platt machen dann wie viele türme sind es noch drei sechs neun und es sind tatsächlich neun stück noch gell es sind zwei drei da sind es drei zwei ne es sind drei zwei türme he hier 77 wahrscheinlich kriegen die später noch mal neue türme oder so ja mach einfach mal das hier ich sollte den wachtturm auf dem memorial hospital ausschalten schade dass die einrichtung nicht in betrieb ist würde ihn den weg ersparen so schauen wir mal ob wir jetzt die leute besiegen können und wenn ich halt nicht schaffe dann machen wir das story weiter okay wait the fact muss ich hier nochmal machen what the fact muss ich hier machen einem ist hier mal der what the fact warum schießt du mit pistole auf mich okay die muss ich irgendwie schauen dass sie da drauf bleiben okay da kann ich nur klettern ach so dachte da ist irgendwas besonderes so anscheinend nicht dann schauen wir es einfach weiter die rätsel mache ich dann einfach auf cam wenn ich die letzte fähigkeit habe die wir brauchen so du hast die drohne also bro ist mich verarschen what the fuck warum soll ich noch näher ran das ist wahrscheinlich gut das eigentum ist ja scheiß drauf gut wie lange noch 20 sekunden passt gut hier komm mal da what the fuck gut das war es jetzt aber checkpoint kommunikationsgerät ausschalten gut gut die distanz ist plötzlich sowieso nie was ist das technologie du willst bestimmt mehr da ist auch noch nicht alles what the hell ja mach mal das r2 und kreis halten das mache ich vielleicht mehr so und jetzt gehen wir einfach mal hier drauf und schauen wo was in der nähe ist man turm oder man turm turm ja ich glaube schon dass ich ihn gewonnen habe aber wird halt noch dauern bis wir halt gegen skrk schon noch mal kämpfen wahrscheinlich wir haben wir haben das toxin besiegt den kampf aber nicht besorgen gewonnen wir haben die schlacht gewonnen aber den krieg was wird den kampf gewonnen aber den krieg noch nicht so was geht so was doch ungefähr okay du bist das ding was wir sehen jetzt sind hier nur sechs stück das ist ja wenig gut hier hier komm mal der hauli steht hier komm 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 mal da passt da komm 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 hier die kleinen muss ich ausschalten fast dauernd fast dauernd hier ist einfach das gut hier komm hier komm hier wie war das komm Alter what the fuck jetzt aber das knapp da war das knapp so der Zoom ist wieder down dann überlege ich mache ich noch etwas oder wenn wir die Folge jetzt schon da kann man jetzt wieder rüber gehen das haben wir schon gelesen ich bin ja nur einmal gestorben ja was machen wir denn hier ist noch mal so ein kleines ding ich glaube das machen wir jetzt noch zum abschluss und dann sicher dass es weg ist ich habe gerade nämlich etwas angst einzuhalten so das macht ihn wahnsinnig dass wir hier sind und tun was wir wollen er kann sich nirgendwo verstecken hörst du das Batman okay what the hell kann ich die irgendwie ausschalten du bist erledigt ich kann das erst sabotieren wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe und wo kriege ich die Verbesserung her bestätigt die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert aber ich kann immer bloß eine hacken und bis dahin ist die vorige bereits wieder online ähm ja das war dumm Master Bruce ich hatte gehofft es würde nie so enden ruhen sie in Frieden naja dann machen wir doch Hauptmission ab nächster Folge halt wieder so dann würde ich sagen ich bin die Folge jetzt hier vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir dass wir die ob sie weiter treiben dass wir irgendwann das letzte Gerät bekommen was wir hier noch fehlt weil danach kann ich endlich mal dann ähm dann kann ich endlich mal die ganzen Trophäen sammeln gehen damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen ciao euer Gladius das 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 heute das ist habt auch die die direkorde